Musik Hallo meine Lieben, willkommen zurück in Raft. Ach, ist das heute wieder verregnete Regier? Und etwas stürmisch, wie man sieht. Leute, ich habe jetzt in der letzten Folge mal ein bisschen was getan. Und zwar offline. Ohne euch. Und zwar habe ich meinem Schiff eine Grundplatte verschafft. Und zwar eine richtig große. Guckt mal. Das ist jetzt hier sozusagen mein Vorderteil. Und habe drumherum halt Netze gemacht. Ja, ich renne mal ein bisschen durch. So, das ist erstmal hier die Grundplatte. Genau, jetzt laufen wir einmal außen rum. Sehr gut. Okay, und jetzt, nee, jetzt bin ich irgendwie, genau. So, das ist hier mein Vorderteil mit meinem Segel und zwei Treppen. Jetzt gehen wir mal hoch. Ja, hier ist natürlich noch nicht so viel. Allerdings ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe ja hier eine Menge Kisten gehabt. Und bei dem Umbau habe ich die irgendwie total vergessen. Und reiße hier so die Decken ab, von unten gesehen. Und somit waren auch meine ganzen Kisten weg mit Inhalt. Es war total ärgerlich. Ja, dann war ich jetzt dabei, hier noch ein bisschen was zu bauen. So eine kleine Erhöhung. Die geht natürlich noch viel, viel weiter. Das ist sozusagen das Hinterteil vom Schiff. Hier ist auch noch die Rück, also die andere Seite von der Rückseite. Da kommt natürlich auch noch die Treppe hin und so weiter. So, und dann geht es hier nochmal runter. Genau. Da ist die Treppe natürlich rauf. Und hier sind halt, ja, ein paar Räumlichkeiten mit Eingängen und Ausgängen. Wobei hier mir diese offenen Stellen hier viel besser gefallen. Aber gut. Diese beiden Wände hier will ich eigentlich auch noch wegreißen. Aber ich traue mich das noch nicht, weil ja da oben Kisten sind. Und das mache ich irgendwann später. Ja. So. Okay, das war's schon mit dem kleinen Rundgang. Ähm. Ja. Ja, hallo? Was? Äh, Kiste? Äh, nein. Behälter? Was auch immer. Okay. Ähm. Ja, wie ich das jetzt hier ganz genau baue, ich weiß es noch nicht so genau. Jedenfalls habe ich hier mein Wasser. Ah, ich trinke mal schnell ein bisschen was. So, Planke platzieren. Kein Problem. So. Äh. Jetzt suche ich gerade mein... Ach, da. Das ist so dunkel hier drin, ne? So habe ich jetzt ein... Oh, jetzt geht mein Inventar wieder nicht auf. Moment, dauert noch ein bisschen. Ah, da haben wir's. Gott sei Dank. Ähm. Zwei Paddel. Okay. Also nicht allzu viel drin. Leute, ist das ein Wellengang. Ähm. Jetzt gucke ich mal. Genau, jetzt habe ich die Blätter. Ich versuche ja hier gleich schon ein bisschen was zu ordnen. Hier habe ich so mein rohes Zeug. Und hier habe ich so Zeug, ja, was ich noch nicht kochen kann. Hier ist Kunststoff. Oh, es hat ganz plötzlich auch kurz regnen. So, dann machen wir mal hier noch das Holz rein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Platz schaffen. So, Steine. Ach, hier habe ich ja auch noch einen Köder. Warum habe ich nicht hier noch einen Köder drin? Ne, da war's nicht. Jetzt geht das Gesuche hier wieder los. Moment. So rum. Ähm. Hatte ich nicht doch irgendwo eine Kiste mit fertig gekochtem Essen? Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier habe ich Schrott. Okay. Wartet mal. Schrott hatte ich doch auch hier irgendwo, oder? Ja. Nehmen wir gleich mal mit. Ach komm, das packe ich auch erst mal da rein. So. Dann machen wir Schrott gleich hier mit rein. Ach, hier habe ich auch noch mal Kunststoff. Ist ja... Moment. Okay. Wo war denn? So, schön. Ne, hier war ja voll. Hier war Holz. Ach, hier. Ach, da. So. Ich sollte das alles mal, ähm... ein bisschen mehr ordnen. So. Dann sammeln wir mal ein bisschen. So. Dann sammeln wir mal ein bisschen. Und das Problem ist, ähm... Dass ich jetzt, äh... Je größer jetzt hier mein, mein, äh... Fluss wird, ich auch gar nicht mehr wirklich hinterherkomme, den Hai zu töten. So, hier ist schon wieder so weit gut wie voll. Ach ja. Tja, ich glaube, ich sollte mir mal eher so eine große... Oh, fuck. Wo ist... Wo bist du? Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Jetzt hat er schon alles erledigt. Shit. Wo hat er mir denn jetzt was weggekaut? Ey, ich hoffe nicht hier drinnen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Moment. Jetzt laufe ich hier alles wieder ab. Wo hat er mir denn was weggekaut? Oh, oh nein, oh nein. Fallenblatt? Ach, egal. Die brauche ich nicht. Leute, ich weiß nicht, wo er mir was weggekaut hat. Ah, dort! Ach du meine Güte. Ah. Das ist ja mal einer, ey. Leute, 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 Leute. Okay, kann ich mir jetzt noch ein paar Kisten bauen? Das wäre ganz toll. Wo sind die nochmal? Da. Herstellen. Aha. Dreimal Schrott, ein Scharnier. Wartet mal, dreimal Schrott, ein Scharnier. Habe ich nicht Scharniere schon gesammelt? Oh, hier ist auch nochmal Kunststoff drin. Oh nein, habe ich keine Scharniere. Okay. Gut, dann werde ich jetzt erstmal hier nochmal ein paar Kisten hinbauen. Beziehungsweise eine. Okay, also. Jetzt sortieren wir mal, das ist nochmal richtig. Also jetzt mache ich hier alle Blätter rein. So. Blätter. Ach, hier ist ja auch noch leer. Okay, was habe ich hier oben? Ach, hier oben habe ich Blätter. Gut, gut, gut. Dann mache ich das anders. Dann mache ich diese Blätter jetzt nochmal raus. Hier habe ich noch einen gebratenen Buntblasch. Okay. Nein, nein, nein. Ich möchte gerne die Kartoffeln haben. Jetzt habe ich die gegessen. Ich dusse. Gut. So. Gibt es denn jetzt hier irgendwo eine Insel für mich? Okay. Man sieht auch so viel im Nebel, nämlich nichts. So, du dummer Hai. Ich kann leider nichts sehen. Nee. Gut. Aber wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ähm, ich kann ja jetzt die, Quatsch, wongle ich jetzt eigentlich ins Buch. Ich kann ja die Schmelze bauen. Und dazu brauche ich Schrott, Nägel und sechs Ziegel. Wartet mal, Ziegel müsste ich ja hier drin haben. Und zwar will ich nur sechs. Schrott und Nägel. Okay. Schrott war unten. Hier oben habe ich ja nichts, ne? No. Schrott war doch hier, oder? Ja. Ja. Wie viel brauche ich? Vier. Vier Schrott und sechs Nägel. Hier habe ich ja Blätter. Hier auch. Okay. Hier ist nichts. Hier ist, glaube ich, nur Futter. Jetzt habe ich keine Nägel. Ach, hier sind Scharniere. Was sucht ihr denn hier? Okay. Ach, hier sind meine Rezepte, genau. Schrott. Ach, da brauche ich ja ein bisschen mehr von den Dingern. Du kleine Sau, Bruce. Hau ab hier. Das ist meins. Meine Güte. Ja, macht mich fertig, der Kerl. So. Okay. Habe ich jetzt alles für die Schmelzer? Yep. So, die baue ich aber lieber oben hin. Oh, Insel. Insel. Wartet, wartet, wartet. Nein, da lang. Insel voraus. Oh, ich brauche einen Anker, ich brauche einen Anker. Ach, wo ist denn jetzt mein Anker? Da. Na, hau schon ab da. Ähm. Schnell hoch, schnell hoch. Nein. Insel voraus. Äh, paddel, paddeln. Ich muss paddeln. Ach, habe ich da schon drin. Ah, ich hänge fest. Komm, paddeln. Wartet mal. Ja, komm schon, paddel. Paddel, was ist das Zeug hält? Hänge ich irgendwo? Ach so, ich hänge. Ah. Ah. Komm, paddel. Geht alles in die Tieren. Okay, ich wüsste jetzt zwar nicht, wie ich da hochkomme, aber hey. Na gut. Na gut. Ist das mal so? So, schmelze. Wo baue ich die erst mal hin? Vielleicht hier. So, die Schmelze stelle ich dann her. So, da ist er. Oh, geil. Tada. So, was kann ich jetzt einschmelzen? Stein geht bestimmt nicht. Das hier vielleicht. Metallerz. Ja, cool. Hübsch. So, ich gehe jetzt schlafen. Dann werde ich den Anker wieder zurück machen. Mann, habe ich viele Speere hier drin. Paddel brauche ich jetzt gerade auch nicht. Die auch nicht. Die Angel bestimmt. Oh, schon fertig? Cool. So, jetzt muss ich das bestimmt wieder lernen. Wow. Jetzt kann ich mir einen Bolzen selber machen. Und Scharniere. Oh, und eine Schaufel. Eine Schere. Um Wolle zu schneiden. Okay. Ein Metallspeer. Netzwerfer. Oh, cool. Den Grill. Und den stationären Anker. Wie geil. Ja. Habe ich das schon erlernt? Ja. Krass, Mann. Mach mal schneller. Oh, ich muss was trinken. Äh, nee. So, schnell neues Wasser holen. So, essen könnte ich auch. Hm, lecker Kartoffel. Coole Sache. Oh, braucht aber ganz schön viele Planken. So, kann ich jetzt noch was herstellen? Diesen stationären Anker vielleicht? Wo haben wir den denn? Ein Steinfall wäre auch interessant. Ach, nicht doch, Bruce. Wo bist du? Hau ab. Oh, nicht zu spät. Und genau das meinte ich. Man ist einfach nicht mehr schnell genug. Ach, die Musik setzt wieder ein. Wie schön. Okay, ich wollte jetzt nach den stationären Anker gucken. Beim Siegel vielleicht? Ah. Eins von drei Bahren. Oh nein. Da muss ich ja jetzt noch Metall-Erz. Okay. Das geht leider noch nicht. Ich habe leider kein Metall-Erz mehr, oder? Habe ich noch was? Oh, doch. Guckt mal. Ich kann mich ja tot... Totbrennen. Dann kann ich den ja doch schon bauen. Yay. 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 Cool. Oh, ich freue mich. Ich bin ja so hin und weg jetzt. Leute. Leute. Theoretisch müsste ich doch auch noch andere Sachen einschmelzen, oder? Sowas wie Sand. Und das. Und das. Boah. Ich bin ja sowas von... Krass. Überwältigt. Das glaubt ihr gar nicht gerade. Kann ich mir noch einbauen? Wartet mal. Ich kann mir noch einbauen. Oh, geil. Oh, ich wollte... Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Ähm. Tata. Krass, Mann. Ich bin... Ich bin gerade sehr happy. Ich weiß gar nicht warum. Kupfer. Brenne schön, mein Kupfer. Oh, Bruce. Wo willst du hin? Hä? Hau bloß ab. Ich schwung da bestimmt hier rüber. Da ist er. Der kleine Schelm. Bruce, bleib weg. Bleib bloß weg von meinem Floß. Okay. Diesen Anker, den baue ich jetzt noch schnell mit euch. Oder nein. Nein, nein, nein. Ich mache das anders. Ich mache das in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.